Hey, warte kurz. 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 Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Hey, warte kurz. 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 Okay, wo versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich seh mich mal um. Hey, warte kurz. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Vielen Dank. Ja, nicht schlecht. Kluges Mädchen. Sie meintet die Straße. Kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Verdammt, der Ripper von euch kommt hier keiner lebend raus! Ich seh... Sagt's euch, sie war hier. Na los, seht euch um. Hier ist irgendwo ein Mädchen. Schatz, ihr wisst! Na dann, in Riegel! Er ist verbrannt! Zeh mich fest! Ich zieh mich zurück! Schatz! 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 Genau das ist ein Kapitel zu machen! Hinter ihn! Verdammte Ripper von euch kommt hier keiner lebend raus! Hier ist irgendwo ein Mädchen. Ich geh schon rein! Na dann, Bewegung! Aus! Feuer! Er ist frei! Dreh zu! Ich hab Hecht auf Feuer! Tritt wieder! Du bist zwölf! Bleib hier! Das war richtig! Ja, endlich! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn weg! Da ist das, was wir hierin... Das nicht doch von Ihnen zu breit zu sein. Wir haben dich! Ah! Supertype! Wow. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Sie sehen mich. Es geht nicht. 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 Es geht nicht.